Personenwagen von Trailline kennen wir bereits. Nun gibt es etwas Spezielles, nämlich eine Lokomotive. Richtig. Als nächstes, nachdem wir dann die Personenwagen im Programm haben und auch die Güterwagen angekündigt sind, sind wir aktuell in der Konstruktionsphase für die rätische GE 4-6. Was wird das Spezielle daran sein? Das Spezielle an dieser Lokomotive wird sein, dass sie Radius 1-tauglich ist, was bei vielen Modellen in dieser Größe nicht der Fall ist. Man will natürlich immer wissen, wann kann ich sie kaufen im Geschäft? Ja, also es ist so, wir haben die Konstruktionsphase für das Getriebe abgeschlossen, dass wir wissen, es funktioniert mit dem Radius 1. Konstruktiv möchten wir zum Sommer fertig sein, Werkzeugbau anschliessen, sodass wir im ersten Quartal 2017 das Modell ausliefern können. Gibt es auch schon einen wagen Verkaufspreis für dieses Modell? Wir haben den Verkaufspreis als analoges Modell bei 999 Euro. Wer die Lokomotive mit einem Sound ausgerüstet und Digital Decoder bekommen möchte, liegen wir bei 1350 Euro. Vielen Dank. Vielen Dank.